Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nicht umsonst. Er sagte, deine Augen sollen immer tränen. Und du sollst den Sünder als einen Gefangenen beim Schaitan sehen. Nicht als einen Feind. Nein. Wir sehen, a'udhu billah, a'udhu billah, getrinkt Alkohol, a'udhu billah. Wallahi, ich kann mich noch erinnern, 2012, als ich in Marokko mit meinem Sheikh gewesen bin, Sheikh Mohammed, hafizhaullah, möge Allah uns beschützen und heilen. Im Marraksh waren wir. Eine Stadt in Marokko. Und ich kriege Gänse auf, wenn ich darüber rede, oh Allah. Und wir gingen zum Gebet, Salat al-Fajr. Und wir kamen zurück, wollten nach Hause. Es war so eine Wissensreise, ja. Wir haben dort Gelehrte getroffen und Schüler des Wissens. Und auf einmal begegnen uns zwei Brüder völlig betrunken. Und wir kommen. Und wir kommen. Und auf jeden Fall, wir kamen an. Und sie sagten zu uns, mach Dua für uns. Wallahi, einer von ihnen, der konnte nicht mehr reden und sagte, mach Dua für uns, bitte. Er machte so, bitte, bitte und weiter dabei. Und unser Sheer hat Dua für sie gemacht und geweint. Er hat Dua für sie gemacht und dabei geweint und gesagt, möge Allah euch vergeben, möge Allah euch verschleiten, möge Allah euch von der Sünde hernehmen. Wir haben gesagt, amin, amin, und haben dabei geweint. Und wir haben alle dabei geweint, subhanallah. Und Wallahi, ich werde dieses Ereignis niemals in meinem Leben vergessen. Und der Sheer vor allen Dingen, wie er geweint hat und Dua gemacht hat und wir alle geweint haben. Weil sie haben gesehen, dass wir vom Gebet kommen, genau zum Fajr. Und sie, während wir vom Gebet gekommen sind, waren sie alkoholisiert irgendwo dort in der Stadt. Und sie haben uns gesehen und sofort haben sie uns salam alaikum gesagt und einfach nur geweint und gesagt, bitte macht für uns Dua, bitte macht für uns Dua. Und dann sagt auch der Sheer zu uns, schaut mal, das sind unsere Brüder im Islam, schaut mal, wie der Sheetan sie in die Irre geleitet hat. Schaut mal, wie der Sheetan sie im Griff bekommen hat. Und genauso sagt Imlul Qayyim, rahimahullah, deine Augen sollen immer weinen. Und du sollst den Sündiger als einen Gefangenen vom Sheetan sehen. Jemand, der vom Sheetan gefangen genommen wurde. Und er sagte, wisse, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, die Möglichkeit hat, dich wieder zu dem zu bringen, wo du warst. Das heißt, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat dir die Rechtleitung gegeben und dich von der Dunkelheit ins Licht geführt. Aber wisse, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat auch die Macht, dich wieder zur Dunkelheit zurückzuführen, wenn du hochmütig wirst und wenn du arrogant wirst und wenn du vergisst, dass deine Geschwister, die, die diese Sünden begehen, deine Geschwister sind und die vom Sheetan, die die Irre geleitet wurden. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns vergeben, uns rechtleiten und unseren Brüdern helfen und uns helfen dabei, unsere Brüder von der Dunkelheit ins Licht zu führen. Das ist Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Walhamdulillahi Rabbim wa barakatuh.